Und jetzt sieht man auch, wie der ganze Spaß hier zusammenhebt. Heute machen wir mal ein Quickie, und zwar wirklich ein. Und wir schauen uns zwei Netzwerkkarten aus und für Laptops an. Nur zeitlich etwas verschoben. Die da ist noch gar nicht so alt. Die ist aus meinem alten Laptop, was heißt alten, aus meinem aktuellen Laptop. Aber die ist Mist und ich habe sie gegen der Intel getauscht, weil die deutlich besser ist und ist auch deutlich besser. Aber das ist eine andere Geschichte, die soll ein anderes Mal erzählt werden. Die hier, naja, das ist etwas, was man früher in Laptops reingesteckt hat. Das ist eine Netgear, auch WLAN und auch 54 Megabit. Nicht und auch, sondern nur 54 Megabit. Kennt ihr das Format noch? Das ist ein PC-Card-Format, also das hier. Früher hieß das PCMCIA und man hat den Namen dann geändert. Ja, in der Kurzform, weil es sich keiner merken konnte. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der den Namen PCMCIA. Das klingt irgendwie wie eine geheime Organisation. Also, früher hieß das PCMCIA, war auch eine andere Norm, wohl elektrisch und auch logisch. Und das ist eine PC-Card. Ich habe schon gesagt, ungefähr so im Zeitraum 2005 kann man dies hier vernorden. PCMCIA würde etwa aus dem Zeitraum 1995 bis in den zurückreichen. Sagen wir es mal so, da war es definiert. Deswegen hier die Erweiterung. Und das ist die gute, denn die hat hier diesen güldenen, ja, dieses güldene Blech. Und dieses güldene Blech heißt, dass das hier ein 32-Bit-Bus ist. Und der ist an PCI angelehnt. Läuft mit 33 MHz und jetzt kann man es ausrechnen. 32-Bit, äh, 33 MHz gibt etwa 132 Megabyte pro Sekunde. Da läuft ja so richtig was. Also da rockt der Bär oder wie auch immer das genau heißt. Das ist nicht Typ 2. Typ 2 ist ein bisschen die dickere Variante. Also es klingt verheißungsvoller Typ 1 oder Typ 2, als es nachher eigentlich ist. Also wie gesagt, die ist ungefähr 5 Millimeter dick. Das Ding, die heißt WG511, kann nur das 2,4 GHz Band und WEP. Kann sich noch jemand an WEP erinnern? Das war diese Verschlüsselung, die dann relativ schnell und relativ spektakulär gecrackt wurde. Das heißt, falls ihr noch irgendwo WEP als Verschlüsselung findet, statt WPA oder WPA2 und so weiter, müsst ihr das Gerät eigentlich vom Netz nehmen, weil WEP ist heute kein vernünftiger Stand mehr für die Verschlüsselung. Das Ding kann Plus Mastering, das heißt, es kann ohne, dass der Prozessor mitmacht, die Daten gleich irgendwo hinschreiben. Sehr, sehr praktisch. Von den Normen her, das Ding nennt sich hier 3-Band, weil es A, B und Draft G kann. Ihr kennt euch noch mit den Wi-Fi-Normen aus, 802, 11, A, B, G, N, A, C, A, X, A, D sind so die Normen. Und das Ding kann von diesem wunderbaren Buchstabensalat A, B und G. Und bei G stand schon ein Draft davor, also das war schon, ja, nicht ganz die Endversion. Der kann wohl nicht nur 54 Megabit, sondern ich habe in den Unterlagen noch gefunden, dass es einen Super-G gibt. Und der kann dann 108 Megabit. Super-G dachte ich, wäre irgend sowas mit G fahren, aber ich kenne mich wirklich nicht aus. Ja, und bei dem hier wird es ein bisschen schwieriger, da was rauszukriegen. Das ist halt das, was Lenovo so verbaut. Und das ist die Variante mit einem Realtek RTL8822BE, kann Wi-Fi und Bluetooth und dann endet es irgendwann. Aber uns interessiert halt, wie das Zeigel von innen ausschaut. Und ja, jetzt nochmal kurz dazu. Wenn ihr ein Lenovo habt, wo das Ding drin ist, ich kann es auch nicht so ganz genau sagen. Ich hatte wahnsinnige Connect-Probleme und natürlich Disconnect-Probleme. Und irgendwann kam mit dem entsprechenden Forum raus, es gibt eine Intel-Karte, wenn man Glück hat, wird die sofort von BIOS akzeptiert. Ich hatte Glück. Anscheinend bin ich einer der wenigen, die das auch wirklich tun, weil die Intel-Karte war relativ günstig. So, ihr wisst ja, wie es hier gehandhabt wird. Wir werden es nicht einstecken, sondern wir werden es auseinandernehmen. Da freuen wir uns jetzt alle ganz narrisch drauf. Wie wird denn das jetzt wohl auseinandergehen? Falls ihr neu auf dem Kanal seid, das ist übrigens das, was wir hier Minimal-Invasive-Zerstörung nennen. Und das werde ich jetzt hier demonstrieren, wie man das so macht. Mal schauen, ob da vielleicht doch irgendwelche Schrauben drunter sind. Ne. Ich überlege gerade, wie diese Bleche hier eigentlich zusammen gemacht sind. Also auf jeden Fall ist das, das ist halt einmal eine Abschirmung, gell? Oh. Ich habe so das Gefühl, dass ich das nachher nicht mehr auf Garantie zurückschicken können werde. Ah. Ah, das war ja fast einfach. Uiuiuiuiuiui. Wenn ich mich jetzt anstrenge, dann kriege ich es vielleicht nachher wieder zusammen. Und keine Zerlegerei ist vollständig ohne Beißzange. Und jetzt sieht man auch, wie der ganze Spaß hier zusammenhebt. Das sieht man schon auf dem ersten Blick auf der Rückseite. Das ist so eine Art, ich sag mal, EMV-Mesh dazu. Das stellt nachher die Masseverbindung her zu dem ganzen Gelumpe hier. Und auf der Seite, oh, das ist ja ein Träumchen. Da sieht man hier jede Menge HF-Zeug, schöne Kapselungen und so weiter. Aber bevor wir da mitten reingehen, müssen wir jetzt noch die anderen ein bisschen aufsäbeln. Uiuiuiuiuiui. Ah, das ist, wie nennt man das, Arschfax, oder? Das ist wie bei den Klamotten, ne? Das ist so der Waschzettel. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das hier ist PCI Express, der ganze Spaß hier. Natürlich hat jetzt der im Gegensatz zum anderen keine Leuchtdioden, weil das wird ja mitten in den Laptop eingebaut. Und dafür sind die natürlich, ich weiß nicht, das tut jetzt einigen von euch weh, aber so ist es halt. Es ist gelötet. Schade eigentlich. So, jetzt können wir dann gleich gucken. Da ist mal die große Karte in all ihrer Pracht. Ich mache mal ein bisschen das hier weg, wenn ich es wegkriege. Der Aufkleber mag das nicht so richtig, wenn man ihn weg macht. Also da ist der Hauptprozessor. Das ist interessant. Das hier, der AT64A hier, da hätte ich erst auf den seriellen Speicher gezippt. Das ist ein Atmel. Ein Atmel 64 020. 13 Kilobyte Speicher. Was auch immer der da macht, vielleicht gehört auch der Quarz da dazu. Das ist ungewöhnlich. Hier ist ein Quarz 40 MHz, der den hier versorgt. Und da oben, das könnte ein dreifacher LDO-Controller sein. LDO-Regler, also ein Lowdrop-Spannungsregler. Das würde Sinn ergeben. Da führt einiges hier rein, in diese Mystery-Box. Dann machen wir doch die Mystery-Box einmal auf. Da ist wieder so ein ESL-Chip. Das ist ein Direct-Down-Conversion-Transceiver. Das heißt, der hat jede Menge Mischer drin, um die Frequenzen hoch und runter zu setzen, die Modulation schon zu machen und so weiter. Also, das ist der Teil, der die HF-Bearbeitung macht. Und eigentlich hätte man es auch gleich sehen können, weil da führen jede Menge Strip-Lines raus. Hier von dem hier. Hier zwei und hier noch eine. Laut Datenblatt ist das LNA-Plus und LNA-In-Minus, jeweils Inputs. Das heißt, diese Inputs hier, die werden hier versorgt. Dann ist das ein Splitter. Jetzt kommen wir hier in ein Problemchen. Auf jeden Fall wird der hier versorgt und hier wird das Signal in zwei Signale aufgeteilt und führt dann hier rein. Und jetzt müssen wir gucken, wo der Spaß hier hinführt. Der hier führt zum 2, 4, zum 6. Pin. Das ist ganz einfach TX-Out laut Datenblatt. Okay, also haben wir hier den Ausgangsverstärker, während hier... Boah, jetzt Moment. Jetzt machen wir erstmal den hier auf. Ich glaube, den müssen wir etwas ungewohnt brutal, wer mich kennt, wird mir das gar nicht zutrauen, etwas ungewohnt brutal weiterzulegen. Eieiei, jetzt habe ich ein bisschen was abgebrochen hier. Also der Output hier wird um 28 dB ungefähr durch den Chip hier verstärkt. Das hier sieht aus wie ein Koppler und das führt dann hier wieder weiter auf dieser Stripline. Bisschen gefiltert. Und jetzt darf man nicht aus den Augen verlieren. Hier sind die Inputs, hier ist der Output. Das heißt, das hier, da es jetzt hier auf die Antennen führt, hier auf zwei Antennen, für die gibt es hier noch sogar eine Anschlussbuchse. Also sind das auf jeden Fall Antennen, die senden und empfangen können. Das sind anpasste Netzwerke, genau. Der scheint jetzt hier die Trennung zu machen. Also es ist schon eine Art Zirkulator. Ich weiß bloß nicht, wie der jetzt hier die zwei Antennen verbuchselt. Das heißt, der sorgt dafür, dass ein Output-Signal auf die Antennen kommt und was von den Antennen zurückkommt, eben dann auf dieser Leitung landet. Weil ihr wollt natürlich nicht, dass euer HF-Signal, das ihr da verstärkt habt, dann hier euren Empfänger hier zumacht. Das wäre ziemlich deppert. Oder audamisch. Die Antennen hier, die sind ein bisschen ungewöhnlich nach heutiger Sicht. Die sehen heute ja brekkal anders aus. Was sieht drum herum, es ist Platinenmaterial. Ja, entfernt, klar. Dann gucken wir uns mal die Rückseite an. Gott, da gibt es noch entsprechendes. Da haben wir vorhin auch schon geguckt. Und sonst würde ich mal sagen, das hier sind Programmier-Testpads. Sind auf der Seite. Also um den Prozessor hier wohl zu programmieren. Könnte allerdings auch der sein, weil bei dem hätte ich jetzt mal angenommen, und da er an dem PC-Card-Interface hängt. Wäre es eigentlich bescheuert, wenn man den auch extra programmieren könnte. Gut, gehen wir zu unserem kleinen Freund. Oh, das könnte noch brekkal größer sein. Also da sieht man schon, was Miniaturisierung vermag. Das ist der Hauptchip. Der hängt hier direkt an den Kommunikationsschnittstellen. Dann ist hier an 40 MHz Quads, kennen wir. Eigentlich ein bisschen Hühnerfutter ab, Lockkondensatoren. Und dann kommen wir hier auch schon zum HF-Teil. Hier zwei Antennenanschlüsse. Die müssen bei dem Laptop auch wirklich verbunden werden, weil das sind externe Antennen. Vom Aufbau her sieht es so aus. Das sind auch mit 1 und 2 gekennzeichnet, wie die für unterschiedliche Frequenzbereiche wären. Der Zvorra, der geht hier direkt zu dem Chip, der wohl hier schon die Aufteilung wieder macht zwischen In und Out. Da sehen wir, dass hier zwei Leiterbahnen rausgehen. Eine hier rein und eine hier rein. Also das wird ein Zirkulator sein. Dann ist wahrscheinlich hier irgendwo noch ein Leitungsabschlusswiderstand. Hat das ein 3? Da bin ich jetzt überfragt, könnte... Ne, weiß ich nicht. Der hier, da sieht man schon, andere Frequenzbereich. Der hier führt die Antenne hier zu zwei getrennten Chips. Ah, okay. Das kann sein, dass aufgesplittet wird auf zwei Eingänge. Vielleicht einer ist der normale und der Quadraturausgang, Eingang, je nachdem. Also hier führen zwei zum Beispiel rein und hier führt einer raus, der dann hier über den Zirkulator, ich nehme an, dass das wieder einer ist, hier zur Antenne führt. Also der hier trennt wieder auf zwischen Senden und Empfangen und müsste dann vielleicht... Nein, das ist kein... Das ist nur ein Filter, um DC abzublocken wahrscheinlich. Hier ähnlich. Und dann verließen sie ihn im Detail und auf der Rückseite sehen wir relativ wenig. Das ist die Kennzeichnung der Norm, dass das Zeugnet abfackelt. Also dafür, dass das nur zweimal gesteckt ist, sieht man hier schon die Kratzspuren sehr deutlich. Das ist die gute Goldkontaktierung. Also man sieht hier ist auch relativ wenig zu analysieren. Sie konnten sich natürlich auch Platz sparen. Irgendwie das habe ich jetzt kaputt gemacht, weil natürlich die Antennen nicht on board sind. Also das waren jetzt so ungefähr 15 Jahre Differenz in der technologischen Entwicklung. Und natürlich ist die kleine Karte sehr viel leistungsfähiger als die große. Energieverbrauch geringer ist alles besser. Wobei HF-Technik ist eh so ein bisschen Voodoo für sich. Da lassen wir uns jetzt mal die Details. Die ersparen wir uns jetzt hier lieber an der Stelle. Ich fand es mal ganz interessant, weil ich die Dinge gerade auf dem Tisch hatte und die beide jetzt zum Verschrotten freigegeben waren von mir und von demjenigen, wo diese PC-Karte hier stammt. Und bevor sie im Müll wandert, denke ich, schauen wir einfach mal gemeinsam rein, wie wir das hier so in der Regel machen. Tja, wenn es euch interessiert hat, könnt ihr auch gerne schreiben, was euch in diesen Bereichen noch interessieren würde. Ansonsten könnt ihr natürlich, wenn ihr euch EFESO Retro-Hardware interessiert, hier in der Playliste vom Herr Robel nachgucken, der ja auch immer top aktuelle alte Hardware vorbeibringt. Bis zum nächsten Video. Servus.